Hi Freunde, willkommen zurück in Beesage. Ich habe einen Kommentar von Mr. Fleck bekommen. Ich soll doch mal ein Katapult mit 10 Kugeln machen. Und ja, das versuche ich jetzt mal. Irgendwie werde ich die hier alle kaputt machen. Ist ja eigentlich die perfekte Karte dafür. Aber ich mache natürlich die Flammenkugeln, oder? Mal sehen. Zuerst einmal natürlich ein Grundgerüst. Wie immer. Bisschen runter. Das machen wir jetzt aber groß, sehr groß. Ich hoffe, da passen noch Reifen hin. Obwohl, ich brauche keine Reifen hier bei der Map. Naja, vielleicht doch. Mal sehen. Na, komm, mach mal so. Geht einfach. Na, das passt. Wie so bewegt sich das Ding jetzt zu? So, der Zodeli. Der Zodeli. Und so. Gut. Das wird hier was. Das kann nichts werden. Hahaha. Na, naja. Mal sehen. So. Das ist dann noch da rüber und da rüber. Da dasselbe. Schein, dass man da eine Seite nicht kopieren kann. Dann wird's viel schneller gebaut. Hoppala. Egal. Lassen wir mal so. Vielleicht brauche ich's ja noch. Egal, machen wir's weg. Ach, da fällt ja noch was. Aha. Gut. Wie mache ich das jetzt? Na gut, machen wir da was hoch. Also brauche ich's doch wieder. Hm, 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 hm. So. Und damit auch noch was, oder? Na ja, egal. Lassen wir's so mal. Da auch noch. Dann da rüber bauen. Zehn Kugeln. Eieieieiei. Das wird ja was. Hm. Ja. Obwohl. Ich krieg da maximal 5 drauf. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Das Ding. Lassen wir mal da was drauf. Äh. Zurück. So. Hm, 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 hm. Ja, ja, leck mich. So. Oh je, das wird doch eh nix. Hm, 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 hm. Ja, da nach hinten kann ich mehr auch machen. Weil da kommt ja nix mal hin. Okay. Hm. So drauf. Und da drauf. Und das da hin. Äh. Hm, 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 hm. Das kann ja überhaupt nix werden. Habe ich das Gefühl. Naja. Mal schauen, wie viel ich da draufkriege jetzt. Eins. Zwei. Müß ich noch eins breiter machen. Dann wären's drei. Drei, sechs, sieben. Wobei das Dummheit wäre, wenn ich jetzt die da hin mache und die da, dann machen die in der Mitte bumm. Hehehe. So. Fünf. Maximal. Sechs, sieben. Acht, neun. Ööhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Aber weil jetzt werden die auch nicht fliegen. mal sehen hier ist mir da eine Verbindung heran und dann machen wir da noch größer da größer und da größer okay wollen wir wieder die Dinger machen wir mal komplett bis darüber genauso hier und da das kann man weg machen braucht man nicht ok die Dinger wieder drehen das Ding muss ich dann aber auch weg machen das da ebenso ok oje oje das wird hier was das wird nix überhaupt nichts wird es so das wird so eine Lachnummer oh man 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 das wird mir gleich alles um die Ohren fliegen aber echt alles komplett toddy 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 mit da eins und und gleich da unter4 und und Joe und einfach geht einfach okay da lassen wir es auch so wobei ich die Dinger hier noch wegmach und anders setze die Füße ist dann 2 4 5 klappt doch dahin 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 ich habe jetzt 11 Stück statt 10 ich habe Angst ich will das überhaupt nicht sehen wie das gleich alles um die Ohren fliegt um eine Ohr so mach ich jetzt auch noch ein bisschen so dass es vielleicht bisschen mehr Schwung gibt keine Ahnung ob es klappt zu viel Schwung ist natürlich auch schlecht oh je nein nein so geschafft huu Grundgeschütz gedingst da steht hat oh je das wird hier was doch auch nix ich glaube eher dass es nichts wird aber wer weiß und der größte Scheiß kann das werden um mh das liegt nur um schießbar mich weg darüber noch eine Verbindung So. Die schlackt gleich. Die schlackt richtig extrem. Ei, 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 ei. Ich hab verkackt gleich. Glaube ich. Irgendwie. So. Das Monster steht. Hahaha. Jetzt noch die Muni rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das Elfschusskatapult. Haha. Oh, Mann. Da was hoch, da was runter, 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 da was hoch, da was hoch, da was runter, da was hoch und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so weiter und so weiter und so fort. bis ich irgendwann mal fertig bin natürlich im Wischen keine Scheiße da machen sonst kann ich gleich wieder was löschen oh je ob das was wird ich hab keine Ahnung das wird mir gleich alles um die Ohren fliegen das ist mir auf jeden Fall klar dann darf ich erstmal wieder ein bisschen was manipulieren damit stärker wird okay ich mach mal gleich mal ein bisschen auf 50% oder so start und uuuh verdammt 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 ha 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 wusste ich doch dass das nichts wird das ist vorne einfach viel zu schwer hm ich könnte natürlich auch erstmal verstärken erstmal verstärken so und so und dann mache ich da solche Dekuppler hin nur noch und so okay da da wenn ich es treffe hier und hier so kommt mir noch ein bisschen stärker da noch eins hin da wenn ich irgendwann mal hin zu kommen äh nein nicht auch nicht äh verdammt da nicht näher hin so und da puh ich hoffe das klappt und passt jetzt auch alles äh soll nicht passen so und dann mache ich da gleich mal was hin dann da 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 und da ich mache mal noch langsamer sonst lag es wieder so extrem naja wird sowieso einfach zu viel zeug gebaut ooooh nein nicht rausfliegen nicht rausfliegen wieso hält es nicht setzen wir uns mal auf den Boden runter vielleicht hält es dann ähm ähm nein es hält nicht wieso auch immer wieso sind die eigentlich einzeln angesteuert die Dinger höh 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 muss ich da jetzt auch noch so Zeugchen machen kruis hier dann komm mal von hier nach hier von hier nach hier hinten habe ich doch schon ja aber hat nichts gebracht aber gut vielleicht liegt es daran dass ich jedes einzeln machen müsste oh je ich mache die erstmal hier oben was hin da was hin und da was hin da was hin nach da rüber boh da was hin und da was hin und da dasselbe sooo sooo und so und da und da brauche ich eigentlich nichts heh heh ok das müsste doch jetzt passen irgendwie alles theoretisch naja ich muss das noch einzeln sooo wenn das jetzt nicht passt dann keine Ahnung und da muss ich natürlich hinten noch schwerer machen irgendwie aber keine Ahnung wie die 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 funktionieren ja scheinbar nicht die 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 funktionieren die nicht mh startet er es ja und vollgas es gibt vollgas aber die die kuppler funktionieren scheinbar jetzt auf einmal und gleich macht's bumm oh 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 ei 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 wusste ich's doch nein die die kuppler funktionieren nicht es zerreißt alles verdammt ei 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 nicht gut aber es hat funktioniert naja zur Welt geflogen naja dann machen wir bei denen welche weg so und so und starten noch mal ich hätte längst langzamer machen sondern egal noch irgendwas oh ja es hat getroffen da auch da auch da hinten nicht also da schon aber ganz da hinten nicht naja eins holt da hinten aber hat nicht getroffen verdammt die haben sogar alle in den eigenen Namen oi was war das jetzt ei 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 hu hu haha vielleicht schaffe ich es ja doch noch ne zwar klappt es zwar nicht aber wer weiß oh die leben auch noch verdammt ja komm fackel ab fackel ab ja 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 jetzt werden sie alle gefangelt hehehe ja rennt weg ihr Schweinchen das Lagerfeuer ein Lagerfeuer für die armen Bauern ja wir schaffen es wir schaffen es oder auch nicht oder ich glaube nicht es kracht jetzt alles zusammen komm du und geh ran oh wir haben es geschafft wir haben es tatsächlich geschafft 428 Blöcke benutzt ein Katapult mit elf Kugeln ich habe sogar das geforderte übertroffen und es hat funktioniert bis alles kaputt war naja mal schauen was wir als nächstes machen aber zuvor ist für heute Schluss und ich überlege mir was bis dann tschüss 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 Vielen Dank.